und so willkommen zurück zu Captain Toast Chatwrecker Episode 1 haben wir letztes Mal am Ende doch noch zu Ende gemacht den Endboss aber hatten auch vorher schon in der Episode 1 bei Level gemacht da geht es hier auch weiter heute mit Level 9 genug Ehresteine zum freischalten Raghadons Rache Ah der Boss ok Mal schauen wie der sich verändert hat das Level noch gar nicht ok überspringen kann ich nicht schade oder macht er andere Packen stärker oder irgendwas mal schauen er hat sich auf jeden Fall geändert ach das spuckt aber sehr schnell ah nein ich warte noch jetzt vielleicht auch bestimmt wir haben zwei Münzen Timing hier und da jetzt kannst du nach oben ah Moment nein 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 Edelstein ist weg aber ja die Plattform die noch um ging Mist jetzt kann ich überspringen das war schon der zweite Endsteuer nicht aber es ist wieder nicht bestimmt dann nicht noch nicht und nicht Okay. Nee, höher. Nee? Das war noch mal falsch als falsch. Ich komme doch gar nicht runter. Doch, komisch. Bin ich dumm. Jetzt jetzt gesehen. Und nach München. Ich hoffe nicht getroffen werden. Als Ziel. Nee. Ja, komm jetzt. Nee. Nicht dein Ernst. Ja, wir gehen auf den Weg. Oh mein Gott, du. Leid das aufstehen einfach. Sie hat abzubegrächen. jetzt nach oben pils Autsch, es passt nicht. Ok, hier bin ich sicher erst mal. Einfach weiter. Da oben, da ist es stimmt. Es ist zu spät, das kann doch nicht wahr sein. Das ging kaputt. Wow. Ich habe keinen Bock auf Münzen zu sammeln. Wahrscheinlich gar nicht greifen lassen. Komm. Wieso bewegst du dich jetzt nicht? Bist du blöd? Ich bin jetzt hoch, zum Ziel kommen. Nein. Nein. Da hoch, 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 hoch. Oh, ist das blöd. Hier war Pilz, ne? Nup, hier. Hier haben wir in der Beul waschen. Schon da halt, geil. Nice. Auf die Beule nochmal. Oh, wieder verloren. Ohne Schaden. Dann werde ich aber erstmal weitermachen. Ja. Holgerländer, gleich am Ende der Folge mal schauen. Lebewohl, Blutspitze. Ah, da kann man sich anschauen. Sollen wir uns auch? Jo. Ach so, cool. Feierspfein. Interessant gemacht. Das bringt gar nichts, also... Also, so kann man auch reisen. Ja. Jetzt redet er, wo doch die Unruhe hilft. Mhm. Ja. Mhm. Okay, wo lang? Ach, okay. Da ist ein Ederstein. Und ich falle runter wieder in der letzte Depth. Ja. Mhm. Uh, Goldpilz. Das kann jetzt so reichen. Ja. 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 Ja, ja. Bleib da nicht hängen. Nein, nein. Münzen. Nummer 1, sehr schön. Ja. Ja, ich hole die Münzen. Vielleicht brauche ich ja 100. Ja, ich hole die Münzen. Ich habe es gewusst, ey. Oh, Mann. Ja. Was heißt alles? Oh, Mann. Lass dich doch nicht treffen. Scheißtor. Alter. Ernsthaft. Lauf da vorbei. Nee. so konnte ich kann hier anhalten Pfff! Nee, easy! Okay, Pils. Hier Nummer 3. Ach, den Goldpitz, der fehlt mir. Den sollte ich noch holen. Wenn sie da rumlaufen. Du, 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 du. Moment, Moment. Jetzt noch wegen ein paar Münzen. Hm. Und wehe, ich brauche jetzt 100. Ja, Goldpitz könnte reichen. Ja, geil, man sogar. Nicht nur mein Goldpitz, der war ja geil. Und weiter mit Level 11. Oh, 11, 12, 13. Wäscher, der wackelt Krippen. Hier geht's! Hier geht's! Mhm. Nummer 1. 2. Zwei Fall Risiko. Uff. Und da jetzt wieder zurück. oder den typen hier finden also da rein nein noch nicht jetzt wo ist ein geheimer goldbild so schnell wie es geht ok wo ist jetzt hier noch was da ist auch nichts zum reingehen ok dass wir drehen das wäre nice aber geht nicht darunter geht auch nicht wo ist der das ist da berühren aber es geht nicht wo ist der ja der ist gar nicht weiß ich sehe jetzt hier gar nichts vor wo er sein konnte da drücken geht auch nicht das ist das ist richtig krass geheim da komme ich auch nicht drauf ah ja hat sogar etwas vibriert das ist das ist das ist da haben wir so ist das ist Okay. Ja, interessant. Kann man machen. Ist das eine Etage höher oder wie? Das ist jetzt nur wegen Münzen sammeln. Kein Schaden jetzt. L-Line heißt das. Können wir einfach durchwaschen? Keine Münzen sammeln? Let's go! Okay. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Kurz warten hier. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Ich wusste, dass er da nicht griffen wird. Mann! Genau diese Stelle ist so blöd. Ja, jetzt fällt die blöde da runter. Oh! Boah! Nicht mein Tag heute. Alles nur wegen dieser blöden Mission. Jetzt nochmal machen. Ah, ich hätte weiterlaufen können. Nein! Wieso hältst du dich da fest jetzt? Mann! Komm! Woher ich adrucke? Wieso? 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 Nein! Wieso? 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 Ja, geschafft! Wie das aus den Weg ist. Ah, ich meine, das ist auch sehr schön. Dann haben wir heute nur 9, 10, 11. Naja. Aber dafür dann auch alles geschafft bisher. Ja, 11 Stück. 3 Stück heute nur geschafft. Naja, dann geht's beim nächsten Mal weiter mit 12, 13, 14, 15. Vielleicht mal schauen, wie weit. Sag mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.